Herzlich Willkommen zu den Sendix Einblicken. Wir werfen wieder einen Blick auf die aktuelle Stimmungslage an den Finanzmärkten und Erkenntnisse aus dem Sendix Research. Und in dieser Woche beginnen wir mit dem Saisonalitätsmuster an den Aktienmärkten. Sendix veröffentlicht ja hierzu auch monatlich den Seasonality Report, den Sie bei uns gerne bestellen können. Wenn Sie sich über die Bezugsbedingungen informieren möchten, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an info.sendix.de. Wir senden Ihnen auch gerne mal ein Muster zur Ansicht zu. Und das erste Chart, was ich Ihnen einblende, das ist das Saisonprofil des amerikanischen Aktienmarktes. Und Sie sehen in Orange den Durchschnittsverlauf des S&P 500 seit 1990. Die rote Senkrechte markiert den 16. Februar. Das heißt, Sie sehen also den Verlauf vor und nach dem 16. Februar. Und in Blau sehen Sie die Entwicklung im aktuellen Verlauf. Und ja, die Stärke, die wir in Amerika bei Aktien gesehen haben, die ist durchaus saisonal typisch. Man sieht es im Durchschnittsprofil, die letzten 90 Handelstage sind von Kursanstiegen geprägt. Und das haben wir auch am amerikanischen Markt gesehen. Was jetzt ganz spannend ist im Saisonprofil ist, dass wir beginnend mit Mitte Februar eine rund vier Wochen dauernde Konsolidierungsphase am Markt haben, die ja recht typisch ist, auch sehr häufig in einzelnen Jahren auftritt, die auch so in dieser Form zum Beispiel auch beim amerikanischen Markt, nicht nur beim amerikanischen Markt, sondern eben auch beim deutschen Markt zu beobachten ist und bei vielen anderen Märkten auch. Jetzt gibt es ja viele Anleger, die sagen, hey, China ist so ein bisschen vielleicht unser Favorit. Wir haben das ja hier auch thematisiert in der letzten Woche. Wir haben ja diese große Divergenz zwischen dem sehr überkauften amerikanischen Markt und dem überverkauften chinesischen Markt. Ist es eine gute Idee, jetzt aus saisonalen Gründen nach China zu wechseln? Nun, wenn wir uns das folgende Chart anschauen, das zeigt den Saisonverlauf des MSCI China. Das sind also quasi dann chinesische Aktien in Dollar gehandelt. Dann sieht man, dass nicht nur die schlechte Performance von China relativ typisch ist für die letzten 90 Tage. China ist also in einem ganz anderen saisonalen Zyklus, sondern man sieht auch, dass diese vier Wochen Schwäche auch in China vorhanden ist und sehr ausgeprägt sogar in China typischerweise vorhanden ist. Das heißt also, ein Einstieg in chinesische Aktien würde aus saisonalen Gründen eigentlich mehr Sinn machen, wenn man das noch vier Wochen in die Zukunft verschiebt. Wir könnten uns allerdings vorstellen, dass wenn die bullige Idee zu China korrekt ist, die wir ja hier auch teilen, dass China sich in dieser vier Wochen Konsolidierung schon anfängt, positiv abzuheben. Das wäre ein starkes Indiz, wenn das passieren würde, ein starkes Indiz dafür, dass tatsächlich China große Chancen dann hat, wie man ja hier auch im Saisonprofil dann sieht. Ab den Iden des März, ab Mitte März ist das Saisonfenster sehr positiv. Generell zwar für Aktien positiv, aber für chinesische Aktien wird es dann auch deutlich positiv. Ja und was wir dann noch untersucht haben und auch das machen wir im Rahmen der Saisonanalysen, dass wir sogenannte Korrelationsanalysen machen. Das heißt, wir untersuchen zum Beispiel, nehmen uns prägnante Perioden des Marktes heraus, schauen, gab es in der Vergangenheit schon mal Phasen, wo dieser Markt hoch korreliert zu dieser Phase gehandelt hat und wenn ja, was bedeutet das für den Kursverlauf? Und dann sehen Sie hier in orange, das ist der Durchschnittsverlauf alle Jahre, die eine hohe Korrelation, nämlich von mindestens 0,65 zur Periode des aktuellen Marktes haben und zwar berechnet auf die Phase 1. Dezember, das war der Startpunkt der letzten Rallye, bis 16.02. Das heißt, wir haben also hier geschaut im Blau, das ist das aktuelle Jahr, die Periode 1.12. bis 16. Februar, haben dann uns alle Jahre angeschaut, die eine hohe Korrelation hatten und dann stellt man fest, dass Jahre, die eben, obwohl sie so stark waren, das sieht man in der Roche-Vorm-Linie, auch diese starken Jahre tendieren dazu, diese vier, ja sogar bis zu fünf Wochen Konsolidierung zu zeigen. Das heißt also, auch diese Stärke, die wir in Amerika in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, steht nicht im Widerspruch dazu, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir jetzt einen Konsolidierungshinster bekommen und wenn man dann, wie gesagt, noch weiß, das haben wir ja in der letzten Woche hier geheiligtet, dass wir durchaus ordentliches Risiko angezeigt bekommen, weil die Overconfidence-Werte hoch sind, weil der Markt sehr stark überkauft ist, dann braucht man eigentlich kein Prophet zu sein, um es für sehr wahrscheinlich zu halten, dass der Markt eben diese Konsolidierung zeigt. Man sieht aber auch sehr schön, am Durchschnittsprofil, dass diese Konsolidierung erstaunlicherweise relativ flach ist und es danach in den meisten Fällen eben weiter auch berghoch geht. Sprich, diese Stärke, die wir hier gesehen haben, ist durchaus auch ein Indiz dafür, dass ich das fortsetzen kann. Ja, und wir wollen natürlich auch ein bisschen einen Blick auf die Anlegererwartungen werfen, denn das ist ja das, was Centix ausmacht. Und dass wir hier eine Bereitschaft zur Konsolidierung haben, dass Gewinnmitnahmen sehr wahrscheinlich werden, das sieht man an dem Chart, was sich jetzt einblendet, das ist der strategische Bias für den amerikanischen Aktienmarkt, sozusagen die Wertwahrnehmung und die befindet sich deutlich wieder im Rückwärtsgang. Man sieht also in den letzten vier Wochen hat der Bias schon deutlich nachgegeben. Und das heißt nichts anderes, dass im Markt sich ein Gefühl einstellt, dass der Markt teuer geworden ist, dass eine Sell-on-Strength-Mentalität entsteht. Und das sind eben auch typischerweise Vorboten für Gewinnmitnahmen und damit eben auch für klassische Konsolidierungsmuster. Ja, und in Euroland ein Blick auf den Overconfidence-Index, den wir hier letzte Woche für Amerika und für China gehighlighted haben. Auch in Euroland haben wir inzwischen einen Overconfidence-Wert von plus sieben erreicht. Wir sind also in dem gefährlichen Bereich sozusagen jetzt angekommen. Man sieht, dass Ende 22, Anfang 23 waren wir ebenfalls bei plus sieben im Overconfidence-Index. Danach setzte eine Konsolidierung ein. Das Momentum hat deutlich abgeflacht. Also auch hier wird dieses Moment, dass der Markt einfach Pause braucht, auch nochmal gut sichtbar. Ja, und abschließend möchten wir, indem wir nochmal einen Blick auf die Rohstoffe werfen, denn da haben wir eine ganz interessante Entwicklung bei Silber. Und das Chart, was ich Ihnen hier einblende, ist ein bisschen kompliziert zu lesen. Was sehen Sie da? In Blau sehen Sie erstmal den Silberpreis in US-Dollar. In grün sehen Sie den strategischen Bias für Silber und in orange sehen Sie die Positionierung der Anleger, gemessen nach dem Commitment of Traders Report, die sogenannte Non-Commercial Positionierung. Und wenn Sie mal genau hinschauen, dann sieht man, dass die grüne und die orange Farbenlinie hoch korreliert sind. Das heißt, die Entwicklung im strategischen Bias ist ein Vorlaufindikator auf die Positionierung. Denn, wie ich eben auch schon ausgeführt habe, beim Aktienmarkt, es sagt ja etwas über die Wertwahrnehmung aus. Und wenn der strategische Bias steigt, dann glauben Anleger, dass der Markt billig ist. Und im Regelfall wird ein solcher Markt dann auch gekauft. Es entsteht eine Kaufbereitschaft. Manchmal ist es sehr zeitnah, wo das umgesetzt wird. Manchmal läuft auch die Positionierung ein paar Wochen dem Bias hinterher. Und was Sie am aktuellen Rand vielleicht mehr ahnen als exakt sehen können, ist, dass der Bias am aktuellen Rand deutlich angestiegen ist, während wir in den letzten Wochen insgesamt an der Orange Farbenlinie sichtbar eine Reduzierung der Positionierung in Silber hatten. Hier ist eine Schere entstanden, eine positive Schere, das also der Bias sich deutlich von der Positionierung positiv entfernt hat. Und das sehen wir als unterstützendes Element für Silber an. Also hier ganz klar eine positive Indikation. Ja, und wie immer setzen wir natürlich das, was Sie hier gesehen haben, auch konsequent in unseren Fonds um, in Silber, in Edelmetall sind wir bereits investiert. Auf der Aktienseite haben wir uns entsprechend natürlich auf diese Konsolidierung auch eingestellt. Wir sind ja sehr defensiv am Aktienmarkt, man muss leider sagen, nach wie vor positioniert, denn wir haben den letzten Anstieg nicht so gut mitgenommen. Aber wir haben natürlich am aktuellen Rand auch keinen Grund dazu, jetzt in den Aktienmarkt einzusteigen, sondern wir möchten eine Konsolidierung des Marktes sehen und hoffen dann natürlich mit entsprechenden Sentiment-Signalen in der Konsolidierung dann auch einen Wiedereinstieg zu finden, um dann von dem, ja aus heutiger Sicht zumindest, wahrscheinlichen positiven Pfad dann nochmal im April, Mai des Jahres, der ganz typisch ist für eine positive Aktienentwicklung, dann auch partizipieren zu können. Am Ende des Tages entscheiden die Daten. Wenn Sie zu den Daten selbst beitragen wollen, www.sendix.de, können Sie sich zur Umfrage anmelden. Umfrageteilnehmer erhalten auch jede Woche eine ausführliche Sentiment-Analyse mit vielen Charts und Daten aus dem Sendix-Datenkranz. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, lassen Sie uns bitte ein Like da, abonnieren Sie den Kanal, empfehlen Sie uns weiter und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.